Sekt, Sekt, mh, Häppchen so gut, Häppchen so gut, Häppchen so gut, mh, Sekt, 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 mh, Häppchen so gut, mh, Häppchen so gut, mh. Hey, kennst du das? Du möchtest passives Einkommen, aber weißt nicht wie? Dann klick das Plus weg und folg mir auf meiner Journey. Oh, äh, Entschuldigung, äh, welche Straße führt nach Rom? Man Ice, ein Star-Ingenie Dieter Bohlen. Oh, 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 ein Star-Ingenie Dieter Bohlen. Blü, 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 Sekt, Alarm. Blü, 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 Sekt, Alarm. Gang, gang, mh, Häppchen so gut, Sekt, Alarm, blü, blü, Sekt, Alarm, mh, Häppchen so gut. Wie? Ganz ehrlich, wie? Ich hab so viel Coachings mitgemacht. Ich bin hochverschuldet. Ich muss wissen wie. Hallo, Freunde, ElefantHouse77 hier. These kinds of videos are actually heavily problematic. I will explain to you why. Hi. Ich möchte mich von ganzem Herzen bei meiner Community entschuldigen. Was ich gemacht hab, war nicht okay. Und ich wusste es nicht besser, aber das macht es nicht besser. So, ähm, einfach nur, es tut mess. Hey, du bist aufstrebender Journalist, der auch mal Stand-Up ausprobieren möchte? Heißt du Leon und kommst aus der Nähe von Hannover? Dann meld dich doch mal bei uns. Okay, dann mach's halt mit.